Musik Genosse General, mein Name ist Lieutenant Sophia. Ich soll dafür sorgen, dass Ihr Befehl zufriedenstellend ausgeführt wird. Ich habe seit dem großen Krieg in über 50 erfolgreichen Kampfsimulationen mitgewirkt und bin sicher, dass Sie mit mir mehr als zufrieden sein werden. Genosse, bleiben Sie dran. Premier Romanov möchte Sie sprechen. Wenn die reizende Frau Leutnant Sophia ihre Bewerbung beendet hat, würde ich gern mit dem General sprechen. Natürlich, Genosse Premier. Genosse General, willkommen in der Zukunft der Sowjetunion. Ich möchte Ihnen zuerst meinen kleinen Freund vorstellen. Das ist Sam, wie Onkel Sam. Sag Hallo, Onkel Sam. Die Amerikaner lehren die Kinder in einem Film mit einer Schildkröte Respekt vor der Sowjetunion. Die Schildkröte sieht plötzlich russische Raketen ankommen und duckt sich und versteckt sich. Ducken und verstecken. Heute werden wir Geschichte schreiben. Denn gemeinsam zerstören wir die Vereinigten Staaten, ihre Häuser, ihre Städte, ihre Träume und noch so einiges mehr. Das ist mein Chefstrategi Yuri. Er wird uns dabei behilflich sein. Ich bin wie ihr nur ein Diener der Sowjetunion. Wir sollten uns aber unbedingt beeilen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber natürlich, selbstverständlich. Das erste Objekt für den Angriff wird in Washington D.C. sein. Und jetzt zeigen Sie uns mal, was Sie gelernt haben, Genosse General. Vernichten Sie die Alliierten in der amerikanischen Hauptstadt und zerstören Sie das Pentagon. Die Gefechtskontrolle aktiviert. Verstärkung eingetroffen. Genosse, das ist der erste Schritt in eine glorreiche Mission. Von diesem Sieg hängt alles ab. Wir müssen das Pentagon zerschlagen. Unser oberstes Ziel ist die Zerstörung des Pentagon. Neue Gefechtskontrolle online. Warte auf Order. Produktion neu. Neues Ziel erhalten. Rekruten melden Sie sicher. Order erhalten. Wir müssen in Russland gehen. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion neu. Rekruten melden. Order erhalten. Genosse, die Union. Feindliches Infanteriebataillon entdecken. Dieser alliierte G.I. ist gut ausgebildet und kann sehr eindrucksvoll mit seinem Maschinengewehr umgehen, wenn er im Gebäude stationiert ist. Genosse. Da. Gebäude eingenommen. Gebäude eingenommen. Gebäude verlassen. Rekruten melden für die Union. Genosse, marschieren los. Gebäude eingenommen. Produktion abgeschlossen. Produktion neu. Produktion abgeschlossen. Gebäude verlassen. Neue Bauoptionen. Der Sowjetingenieur kann Gebäude reparieren und gegnerische Gebäude einnehmen, wenn es ihnen gelingt, ihn einzuschleusen. Training. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Training. Genug. Halten Sie sich nicht mit Kleinigkeiten auf. Jeder, der sich nicht verstirbt, wird von tausenden Neuen ersetzt. Einheit bereit. Einheit bereit. Warte auf Order. Für die Union. Einheit bereit. Sind Sie sicher? Einheit bereit. Machiere los. Plus drauf. Der Einheit will besser. Für vollkontantanat. Auf der Erheilung. Für die Union. Für die Union. Für vollkontantanat. Für die Union. Verstärkung eingetroffen! Ein Halt befördern! Ein Halt befördern! Ein Halt befördern! Ein Halt befördern! Wir dürfen nicht zunassen, dass deine einzige Brücke unsere Mission verzögert. Befehlen Sie Ihren Ingenieuren, die Bauhütte der Brücke einzigen. Ein Halt befördern! Ein Halt befördern! Ein Halt befördern! Wir dürfen nicht zunassen, dass deine einzige Brücke unsere Mission verzögert. Befehlen Sie Ihren Ingenieuren, die Bauhütte der Brücke einzigen. Brücke repariert! Rekrute melden Sie die Union! Ihr Mütterchen Russland! Waschieren Sie los! Fisch gemorst! Sie können Ihren Rekruten im Gedächtigen im Gebäude beordern, um sie gegen den Feind zu richten. Gebäude eingenommen! Gebäude verlassen! Gebäude verlassen! Zu Straub der Einheit überwässern! Angriff! Angriff! Warte auf Ordnung! Nehmen Sie den Zugraff und kommen Sie in Gefahr, damit die Fahrschirmspränger in Berlin landen! Bestärkung eingestellt! Training! Angriff! Einheit überwässern! Aktion, Pferde, einhalsbesîner, Angriff! 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 Verstärkung eingetroffen. Einhalt für Förder. Für Volk und Vaterland. Für Rüttelchen Russland. Ja. Rüttelchen Russland. Da. Für Volk und Vaterland. Ja. Paschieren los. Warte auf Order. Genosse. Warte auf Order. Genosse. Ich arbeite dran. Rekrute meldet. Rekrute meldet. Warte auf Order. Für die Union. Für die Union. Verstärkung eingetroffen. Rekrute meldet. Gebäude eingenommen. Analyse der Diagramme. Einheit verloren. Analyse der Diagramme. Gebäude eingenommen. Gebäude verlassen. Sind Sie sicher? Für Mütterchen Russland. Seid nicht verloren. Einheit. Das Fensterband ist um in unserer Hand. Zerstören Sie es umgehen. Einheit. Beförder. Das Fensterband ist um in unserer Hand. Zerstören Sie es umgehen. Verstärkung bereich. Verstärkung eingetroffen. Ziel wählen. Ja. Großartig, Genosse. Das Pentagon wurde zerstört. Einsatz erfolgreich. drowned. Auch dann nächste Zeit. Untertitelung. Eine. Die. 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 Bis zum nächsten Mal.